Guck mal, ich komme von da unten und ich bin gerade hier hochgelaufen, weil ich die ganzen Beeren, die da unten gewachsen sind, schon alle aufgegessen habe. Und deswegen bin ich hier oben, um hier oben nach noch mehr Beeren zu suchen. Jawohl, hier vorne sind ganz viele dieser Heidelbeeren. Die werden jetzt alle gefressen. Heidelbeeren sind geiler als Blaubeeren. Die schmecken intensiver. Guck mal, hier oben gibt es noch viel fettigere Blaubeeren mit Fett dran. Die sind viel fetter als die da unten, die Blaubeeren, die ich schon alle aufgegessen habe. Und genau, die sind auf jeden Fall besser, wenn die so richtig fett sind. Genauso fett wie diese fettige Vollfettwolke, die mit ganz viel Fett dran, die die ganze Zeit die Sonne versperrt. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ein natürlicher Antidepressivum.